herzlich willkommen im neuen jahr frohes neues auch von mir auch wenn es ein bisschen spät ist dafür aber ihr wusstet ja dass ich nicht im lande bin dementsprechend heute mit einem neuen video und dementsprechend noch herzlich willkommen zu einem neuen video heute möchte ich mich um ein paar fragen kümmern aber nicht um fragen die ihr stellt sondern fragen die menschen google stellen und ich würde sagen wir schauen einfach mal raus und lassen google einfach ein paar fragen für uns komplizieren und das erste ist ist snowboard fahren schwer frage beantwortet nein snowboard fahren ist am anfang schwer zu erlernen aber leicht also wenn man es einmal kann ist es leicht richtig gut darin zu werden ein bisschen schwerer als skifahren auch da ist wieder die frage da kommt auch die phasen an dem man ist am anfang ist schiefahren leichter also schiefahren ist leicht zu erlernen aber sehr schwer darin richtig gut zu werden und so wird es genau andersrum dementsprechend snowboard fahren ist sehr einfach sehr schwer zu erlernen aber dann sehr einfach richtig gut darin zu werden ist dort fahren gefährlich ich würde jetzt nicht sagen gefährlicher als jeder anderer sport also ist noch lernen schwer wie gesagt das haben wir schon besprochen lernen also das erlernen von sofort fahren ist vor allem dann nicht schwer wenn man weiß was man tun soll und da seid auf dem kanal schon richtig gut also wenn ihr uns gefunden habt dann hat sich schon erst geschafft es nochmal fahren out nein da ist in den letzten jahren ist da immer mehr also der trend war war auf einem sehr starken rückgang aber in letzter zeit geht das wieder auch nicht nach oben ist snowboard fahren nichts ist oder ski einfacher wie gesagt das kommt auf welche phase man ist am einfachen wenn man überhaupt keine ahnung hat ist schiefahren auf jeden fall erstmal die ersten schritte sind leichter ist snowboard auf ski kann es nur brechen ja kann es falls ihr die blende jetzt hier einfach mal das bild ein von meiner gebrochenen aus also nicht der nase sondern denn aus dem snowboard kann man es nur noch zum skifahren benutzen man kann ski hosen auch zum snowboard fahren benutzen aber das sieht scheiße aus kann man snowboard fahren selber lernen kann man ja ist aber sehr schwer kann man so weit fahren verlernen man kann verlernen was also man kann so die die motorik verlernt man nicht heißt wenn man aufgestanden hat das richtig gelernt hat dann kann man das kann zwar sein wenn man jahre später wieder auf das aufs brot hier dass man keinen plan mehr was man tun muss aber wenn man dann so die ersten paar schritte gemacht hat kann man das sofort wieder kann man ein snowboard bemalen ja kann man ein snowboard lackieren ja hier kommt das gleiche bild von meinem snowboard wieder hin das habe ich selber lackiert kann ein snowboard zu klein sein definitiv also snowboard der alte normal mensch sagt immer bis von von kinn bis nase irgendwie so sollte es sein dass ich bin davon ein bisschen ab wie ihr wisst ich sag mal was die hersteller sagen aber es kann auf jeden fall ein snowboard zu klein sein dann hat man kein halten auf der kante kann man mit normalen schuhen snowboard fahren probier es aus ich möchte video davon sehen wo kann man snowboard fahren auf schnee kann man so auf einem tag lernen man kann auf jeden fall schon mal gute 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 schritte machen ist surfen wie snowboarden im tiefschnee ja auf ein harter piste nein ist wakeboarden wie snowboarden nein ist longboarden wie snowboarden in gewisser weise also wenn man longboarden kann ist snowboarden auf jeden fall leichter zu lernen aber was man immer noch braucht ist gleichgewicht auf der kante und wenn man das nicht hat dann ist longboarden nicht wie snowboarden skifahren oder snowboarden anstrengender ich würde sagen die sind beide relativ also es kommt immer darauf an wie wie man das betreibt also wenn man skifahrt profi ist und snowboarden anfänger dann findet man das anfänger sein auf jeden fall anstrengender aber ich würde sagen auf einem hohen niveau tun die sich nichts ist skifahren oder snowboarden gefährlicher ich würde sagen skifahren ist gefährlicher einfach nur weil man also ich aus reiner meine aber meiner beobachtung raus habe ich das gefühl dass ich immer skifahrer sehe die sich zerrupfen und irgendwie wenig snowboarder dementsprechend würde ich mal auf skifahrer tippen aber snowboard fahren kann auf jeden fall auch gefährlich sein wenn man es falsch macht was ist gut wie beim snowboarden wenn man den rechten fuß vorne fährt dann ist das ist gut wie lange braucht man ums zu erlernen das kommt auf euch an wenn ihr gut im gleichgewicht seid dann relativ schnell wenn nicht dann ewig wie viel kalorien verbrennt das kommt auf jeden fall an wie man snowboarden betreibt also es gibt leute die wenn man so ein bisschen den hang runter wedelt dann wenig wenn man sich dabei ein abschwitzt und ständig hoch läuft und versucht so viel druck wie möglich auf die kante zu bringen dann wahrscheinlich mehr wie geht es snowboarden schaut ihr unsere youtube videos an wie lange ich so worden also ich würde mal sagen die schaut sich alle unsere videos an wie lange dauert das ist aber auch schon weiter geht es kann man so kann 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 dir das geworden lernen ja auf jeden fall nehmen soll ich nur anhängen kann einfach nicht nur wollen das natürlich sehr ärgerlich so videos an haben wir schon aber schon kann man in australien snowboarden oh ja auch da gibt es richtig coole berge wo man snowboarden kann kann man schwanger snowboarden ich bin jetzt kein arzt aber ich würde sagen ja also es kommt auf die phase an sagt man wenn ich nicht mehr fähig bin zu irgendwas weil ich so eine kugel rumschippen bestimmt sollte man das dann nicht mehr tun aber ich bin kein arzt diese frage über das ich eurem arzt wie ist die packungsbeilage kann man in wien snowboarden es gibt bestimmt so ein bisschen street snowboarding in wien aber ich würde eher auf dem berg snowboarden in wien selber ist halt eine stadt und ich wüsste nicht dass es mitten in wien irgendwo einen berg gibt dementsprechend kann man es dürfen mit snowboarden vergleichen auf jeden fall im tiefschnee kann man skateboarden kann man mit einem skateboard snowboarden probiert es aus auch da schickt mir das video weiter geht's mit warum warum ein snowboard wachsen der wachs verringert die gleitreibung zwischen dem bord und dem schnee das heißt man flutscht besser den berg runter warum snowboarden weil snowboarden die bessere art ist ein berg runter zu kommen warum man kann schleifen solche kanten die sollte man immer wieder schleifen einfach nur weil durch die benutzung des snowboards runden die ab und umso schärfer die kanten sind umso mehr halt geben sie im schnee und dementsprechend sollte man immer scharf halten warum ist man fahren so beliebt weil es die beste art ist den berg runter zu kommen warum sind snowboardjacken so dünn das ist es nicht unbedingt auf snowboardjacken generell bezogen da kommt man darauf an ob man eine kombination aus wenn man eine jacke hat oder ob man soft und hardshell trennt wenn man soft und hardshell trennt dann ist das ist der hardshell also die äußerste jacke sehr dünn weil man davon ausgeht dass man darunter die jack oder sowas zieht dementsprechend ich habe immer beides also ich habe sowohl softshell kombination als auch diese schilder kommen die welt gerade haben hat nur eine jacke mit futter dementsprechend das ist eine sache aber je nachdem wie gesagt ob wir eine jacke mit futter habt oder softshell und hardshell getrennt sind so wird dünn und nicht warum das so zu teuer ist halt viel aber die sich da reinsteckt und den dingen herzustellen warum es nach wachsen warum ein whiteboard einfach nur weil die füße sonst zu weit vorne rausragen und dann macht man immer sehr schön abflug auf der frontseitkante so noch weitere fragen wie groß sein haben wir schon gesagt die meisten meisten hersteller schreiben das in deren beschreibung rein aber grundsätzlich sagt man immer so zwischen kinn und nasenspitze wie fährt man snowboard schauen so videos wie oft muss man wachsen das kommt darauf an wie oft man fährt die frage habe ich auch schon öfters bekommen das merkt man normalerweise einfach am fahren selber wenn das einem zu nicht mehr nicht mehr flott genug fährt oder wenn man merkt dass es auf dem schnee abbremst dann würde ich noch mal wachsen ich mache es meistens bevor ich in die berge fahre einmal und wenn ich länger zeitig in den bergen bin dann war es halt wie gesagt davon abhängig wie sich das board anfühlt wie finde ich das richtige snowboard schau dir unsere kaufberatung an da findet man ganz viele hinweise wie man das richtige snowboard für sich findet wie lange hält ein snowboard wie lange hält ein snowboard bis es kaputt geht meistens meistens hält ein snowboard so lange bis man kein bock auf das neue haben möchte also ich habe bis jetzt glaube ich zwei snowboards kaputt gekommen von 123456 stück die ich habe also von sechs stück die ich mir jemals zugelegt habe sind zwei kaputt gegangen und die anderen halten theoretisch immer noch aber mich fahr ich nicht mehr so gerne weil sie nicht so toll wie die anderen wie oft kann wie oft kann man schleifen das ist immer das gemeine wenn man so einzelne wörter eingebracht wie oft kann man kann schleifen oder wie oft sollte man kann schleifen das sollte ich fühle immer über die kante drüber und da fühlt man eigentlich immer wenn die relativ glatt ist dann ist alles gut aber normalerweise wenn man die lange benutzt hat und dann wird sie ein bisschen würden kommen da machen rein und dann fühlt man sich das wird wird die kante rauer und dann schneide ich sie meistens noch mal nach wie oft kann man kann schleifen bis hat keine kante mehr da ist das halt jedes mal direkt beim material ab und irgendwann ist die kante also wie lange braucht man und wie lange das robot lernen das ist halt stichwort suche wie lange braucht man zum snowboard lernen wie gesagt das fängt von euch ab hierzu kann ich sagen ja ich würde sagen dass ich die fragen immer wieder wiederholen werden wir das video an der stelle ich hoffe einige fragen von euch waren dabei die ich beantworten konnte falls nicht dann schreibt sie doch in die kommentare rein und in der nächster zeit kommen ein paar videoanalysen ich habe videoanalysen bekommen zu also zugeschickt bekommen dementsprechend die werde ich abarbeiten also falls ich meine geschickt habe kann dauernd kann sein dass es ein paar minuten dauert bis sie kommen bleibt gespannt und in diesem jahr kommt auf jeden fall relativ zügig noch dass ein paar sachen zu unserer reise die ich jetzt hatte da werde ich ein paar geschichten dazu erzählen da habe ich leider nicht viel filmen können einfach nur weil ich wenig zeit auf dem bord hatte und die zeit die wir hatten hatten wir irgendwie mehr lust zu fahren weniger zu filmen und zweitens am 21 ersten fahren wir auf das first try event da haben wir viel material was wir testen können und das wäre da werden auf jeden fall einiges an videos produzieren und was in der zukunft noch kommt ist immer noch das review von lisas jibomata das review kommt auf jeden fall auch noch das ist also die sachen sind gefilmt geschrieben gescriptet es muss nur noch mit lisa zusammenkommen und das filmen und dann haben wir das auch für euch also die sachen kommen in naher zukunft falls ihr wünsche haben fragen habt dann schreibt sie doch in die kommentare und wenn ihr noch nicht abonniert hat dann macht das doch und dann sehen wir uns hoffentlich recht bald wieder bis dahin prost